Verdammter Mist! Einen, ja, ohne Nutzen, nix drauf finden. Und dann nochmal einen Belastwagen ohne Nutzen, aber mit besserem Design. Zurück. So, was haben wir denn noch? Oh, uns fehlen 11 Wagen nur noch. Gucken wir mal. Dodge habe ich alle gekauft, DeLorean habe ich natürlich, Camion, Cason, Ach, Cadillac, den DTS. DTS ist doch Sound. Escalate, wer kennt ihn nicht? Dann hätten wir noch den CT-SV aus GTA 4. Der heißt allerdings anders, ich weiß nur gerade nicht wie. Ähm, XLRV. Der sieht so ein bisschen aus wie der SLR McLaren. Heißt ja auch fast so. El Dorado. Den kenne ich auch noch irgendwo her, ich weiß aber gerade nicht wo. Zurück. Escalate als Bulle. Zurück. So, ähm, was haben wir denn noch? Band, äh, egal. Den Arm-Nargety. Ach ja, und der Continental. Oh, Conti-Conti-Nen-Ti. Kann man auch Englisch aussprechen? Continental. 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 Ach, Mio, ja. Ich will das Ding einfach nur haben und fertig und jetzt habe ich wirklich keine Kohle mehr. So. Uns fehlen jetzt noch genau drei Wagen. Pagani-Sonder. McLaren. Äh, von 94. Das wären zwei. Und da fehlt aber noch einer. Irgendeiner fehlt noch. Ich war... Hm, das wird schwierig. Drei Wagen fehlen noch. Also ich weiß auf jeden Fall. Fehlen tut... Ich dingens. Lambo habe ich gerade gekauft, das weiß ich. Äh, ja hier der F1 von 94. Der fehlt mir noch. Dann fehlt mir noch... Ja klar, der Sonder Schinke... 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 Was weiß ich. Ach ne, oben steht ja auch, wie viel ich erworben habe. Zwei von... Ja gut, da brauche ich nachgucken. Den habe ich auch. Fünf von fünf. Beide. Alle drei. Sechs von sechs Volkswagen. Hier und Jahre habe ich... Ey, wo fehlt mir da jetzt einer? Habe ich. Sechs von sechs Alphas. Ein... Warum gucke ich da überhaupt nach? Fünf von fünf Estens. Sieben von sieben Audis. Zwei von zwei Bentleys. Sechs von sechs Cadillacs. Drei... Caesans. Die zwei. Chevys habe ich. Sechzehn. Sechzehn gibt's? Boah. Ach, Delorean. Ja klar. Do... Aaaaaaaaah. Bei... Dodge. Hä? Im Besitz, im Besitz, im Besitz. Was habe ich denn da nicht im Besitz? Hallo? Ach, kaufen. Boah. Ach so. Ich dachte, das wäre die Anzahl, die ich habe. Die kostet eins. Respekt. Das ist aber teuer. So. Jetzt fehlen mir schlussendlich nur noch zwei. Wagen. Immerhin, Sternchen? Wo kommen da Sternchen jetzt her? Äh... Ja. So, jetzt angucken, schön, Sternchen weg! Und Herausforderungen. Ja, da fehlen mir jetzt nur noch Dings, die... Ich weiß nicht, wie man da hin kommt... Herausforderungen ist nicht verfügbar. Jala, la la lala, la lala. Jetzt möchte ich mal kurz... Ich weiß grad nicht, wie viele Uhr es ist. Ach, es ist schon wieder halb zeh. Ach, nö. Naja, eine halbe Stunde hab ich noch. Ähm, ich hätte gerne Dodge Bullenwagen und zwar genau den Verlassen Jep Jaja, überspringen So Och Dann wollen wir uns mal mitten ins Geschehen stürzen Und die Penner ausschalten Oh, da fällt mir grad was ein Warum fahr ich nicht einfach Ein A4 Oh Weil das anscheinend nicht geht Nee, dann nehm ich lieber so ein GMC-Style So Und nochmal drauf Da kommen natürlich Abschleppware Schön langsam Ich geb dir gleich langsam Ich hab keine Zeit für langsam, Kollege Jo Ähm, und Ich möchte gerne in mein Auto Hallo, wo ist mein Auto? Höh? Achso, ich muss abhauen Und dann dreht sich Narko um Und Frackt Alle Was zur Hölle? Das ist doch dieses Online-Spiel Ey, so passvoll lustig Och, dann nehm ich einfach einen anderen Wagen und hau ab Und was soll das alles? Sagen Sie mir das, Lady Lady? Oh, das geht nicht Ich muss Ich muss den Wagen nehmen Also, wenn Sie es heute mal ausprobieren, Kumpel? Entschuldigung Mann, 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 Mann Oh, viel mehr Spaß in echt Oder? Bist du völlig Banane? Wie viele Lebenspunkte haben die Teile denn? Ignorier es einfach Solange der Boss nichts mitkriegt Ach, du Scheiße Warte mal Kann man nicht einfach mal hier in den Gegenverkehr fahren Und dann einfach mal hier irgendwas Ne, das geht nicht Ähm Wie soll ich denn hier jetzt loswerden? Oh Oh Ich hab auch so eine langsame Karte Warum eigentlich? Ey, die Hallo Wie soll man das denn schaffen? Das ist mir gerade Scheißegal Irgendwie muss doch hier fliehen können Du hast einen verloren Ich glaube ich Den brauchst du? Keine Ahnung Ich seh ihn nicht mehr Das bringt ja mal vor nix Jetzt, 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 jetzt Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Nein Dieser Penner Pass auf Neun Acht Sieben Sechs Ach, da ist gar keiner mehr Wir haben's geschafft Boah, was? Ey So, kann ich jetzt hier rein switchen Ich kann hier rein switchen Ah, schön Kann ich jetzt eigentlich? Warte mal Ich fahr jetzt mal ein bisschen spaziert Na, gewiss Na, das Auja Nein, das hat nicht geklappt Na, ne, mal Der fährt jetzt links lang Geht doch So einfach ist das So, jetzt, ja, ab in die Dodge Nein, ich nehm die nicht Ich nehm die Dodge da hinten Ach, das ist ein Escalate Ja, umso besser Ich spüre es Ich hab die Zeichen gesehen Ich werde sterben Und zwar halt Weißt du, ich fühle mich jeden verdammten Tag Aber immer noch da Den haben wir jetzt schon richtig zugesetzt Ah, ich hab da Hehehe Klauen wir uns mal hier den X Den H3 Und Oh Das war mies Das war richtig mies Wo bin ich denn jetzt? Die Katze hatte ein Junges mit zwei Köpfen Mit zwei Köpfen Was? Das ist ein Zeichen Ich mein Kommt doch mal der Himmel Wie gehe ich falsch? Bäm Und nochmal Muss aber sein So, den kriegen wir jetzt Warte, 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 warte Jo Haben wir Aber warum tut sich da unten links jetzt nichts mehr? Das kann doch nicht sein Muss ich das aus der freien Fahrt machen? Das mache ich doch die ganze Zeit Hallo? Oder muss ich dann immer wieder zur Werkstatt zurück? Und das wäre doch auch irgendwie doof Gehen wir mal in die Werkstatt zurück Fahrzeuge Nehmen uns die Dodge Ne, wir nehmen mal die Chevy Jo Verlassen Ja Ja, ja Überspringen So, jetzt gucken wir mal Da vorne fährt er schon Der Schlingel Was hat er denn angestellt? Hä? Ach da Stoppen wir uns den Aston Martin So, dann Kloppen wir uns den mal Oh Es fährt ja auch ein Highway Ich glaub das ja nicht Nein Och, das passiert mit Ah Und direkt mit dem anderen Druf Aber ich glaube Der ist jetzt schon zu lang Zu schnell Meine ich natürlich Ja komm Lass mal dem mal ein bisschen Freiraum Oder auch nicht Jo, jetzt Ja, okay Das war Das hätten wir erledigt Aber warum kommt da keine Anzeige mehr unten Das ist doch voll doof Vor allem ist hier keiner mehr Hier war doch gerade noch ein Auto Nehmen wir uns den hier Wo ist er? Hallo? Hä? Hä? Ach, da Los Mann, los, los, los Ja, sicher Ja, los, los Zack Ja, wir kriegen den Irgendwie Der pimmelt auf der anderen Seite rum Ja, das ist leicht Och Du voll Spasti Äh Voll Highspeed mäßig Und so sind wir unterwegs Komm schon, komm schon, komm schon Ey, der zieht aber ganz Oh Ich hab da so eine Idee Ah, ich glaube Ich hab den Leicht gestriffen Ja, da kommen schon nur Penner Oh, ja Ja, nö, ist klar Wie Oldtimer? Wir haben gar keinen Oldtimer Wir haben einen Hightech-Corvette Nein, auch nö Wir haben einen Hightech-Corvette Wir haben einen Hightech-Corvette